Herzlich Willkommen zurück, B.O.B. Classic. Woo! Hype! So. Hello again. Ey, Stiefel kriege ich hier. Oh, nice. Ja, so, ich kann was auch an. Ähm, ich kriege immer noch nicht meine Priester-Quest hier von dem Typen. Du hast ihn nicht verdient, daran ist das einfach. Nee, ich weiß auch. Weißt du, was das für eine Quest ist? Ich muss irgendeinen Typen hier heilen. Ich glaube, so eine Press-Quest gab es hier. So eine Press-Quest. Und ich muss irgendeinen Grab von Samuel Phillips... Sterbliche Überreste. Der war, glaube ich, unten bei dem Lager und dann mussten wir den hier hochschleppen, oder? Damals... Junge Nachtwebern und Nachtwebertöten. Ja, das sind die jetzt hinten Richtung Höhle da. Genau, das waren die Spinnen. Und der wird uns wahrscheinlich zu den Scharlachroten schicken, oder? Vermutlich, ja. Nee, du suchst die Höhle und Stück... Ach nee, das ist hier. Das ist hier unten direkt. Hier diese komischen... Ach, ja, aber das ist in Richtung der Scharlachroten, die da sind. Davor, da... Ja, nee, hier... Hier in den Dingern sind sie gleich. In den Gebäuden. Ach, echt? Ja. Das sind hier die Kisten. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Wir haben einen Cook. Aber ich glaube... Ja, ich glaube... Ja, stimmt. Ich erinnere... Sagen wir mal hier... Jetzt macht's Klick. Sagen wir mal getrennte Kisten. Da braucht man insgesamt zwölf Stück. So. Oh. Oh. Ist dir das auch passiert? Ist dir das auch passiert? Ja. Kein Schnellplündern? Ja, genau. Genau. Oh, Mann. Okay, die großen Haus ist keine einzige Ware. Die Scheiße. Oh, sorry. Ist schon wie so witzig. Ja, schon. Ist das ja nicht so kalt, ey. Haben wir Winter? Wir sind tot. Oh. Ach, daran liegt das. Und ich habe einen Ero. Ich weiß gar nicht. Ich habe einfach... Ich habe ja irgendwas zuverlegt. Es gibt ja keinen Friseur, gell? Oh, shit. Alles klar. Ich habe drei Kisten. Und hier ist alles leer geplündert. Oh, hier neben dem Haus steht noch eine. Die hast du übersehen. Ne, die muss gespawnt sein. Oh, da hinten ist auch noch eine. Das gehört auch mir. Oder ich habe die nicht eingesammelt, obwohl ich sie angeklickt habe. Kann auch sein. Ha, aber... Ach, nee. Du Arsch. Was habe ich gekriegt? Eine Gesellenhose. Kannst du gleich mir abdrücken. Ganz toll. Kannst du gleich mir geben. Den raunen Stein kannst du behalten. Hey, da ist ein Wille. Ein Wille drauf, ey. Ja, da habe ich endlich Mana-Rack. Oh, hier. Geil. Oh, ich muss Bogen erst lernen. Oh, shit. Was denn? Ach, hier, da bist du ja. Ich wollte meinen Bogen anlegen, den ich hier habe, aber den kann ich nicht anziehen. Du hast einen Bogen? Woher hast du einen Bogen? Ich weiß nicht, er ist vorhin irgendwann getroppt. Warum droppt hier einen Bogen? Es gibt hier nicht mehr Jäger bei den Untoten. Egal. Ich habe hier aber einen gesprungener... Hier, warte. Stimmt, gesprungener Kurz. Er ist ja grau. Das ist ja nicht... Das ist ja nicht wahr. Die Chatfunktion steht dir ab Stufe 10 zur Verfügung. Was? Wende dich bitte an und sonst vor. Das ist mir auch nicht so lange. Äh, ich kann chatten. Was? Warum kann ich das nicht? Ja, weil es dein erster Charakter ist. Ja, daran könnte es natürlich... Stimmt, die hatten ja hier noch die Sperre. Ich frage mich, warum sie die rausgenommen haben für die ganzen Bots. Ja, ich habe alle aufgestöberte Ware. Ja, du bist auch... Ja, du lootest Kisten. Ich loote... Da war auch Ware neben. Da habe ich auch gelootet hier. Stimmt, und du lootest Kisten, wo für mich Zweck drin warst. Ah, nichts. Ja, gut. Ähm, wir können ja jetzt zu den Spinnen gehen und dann beim Rückweg hier nochmal Halt machen, oder? Guck jetzt hier drüben nochmal und dann können wir das machen, ja. Ähm, hier drüben, hier unten wäre auch der Samuel Phipps. Den Typ nehmen, was wir töten müssen. Ach, der liegt dann bei dem... Bei dem Lager da hinten, oder? Ja. Machen wir das eben. Da stehen aber noch andere bei. Ich weiß, da war einer auf Level 5. Da ist Valika. Magier, ja. Hm. Ich bin freundlich. Verteils Buffs. Ja. So gut. Ja. Wo ist er denn? Steven Bar-Pack. Raven Braith. Samuel Phipps, da ist er. Und wer ist das da hinten? Daniel Ulfmann. Ich hab Aggro. Ja, ich wusste's. Warte. Hast du Spott? Nein. Das war der Schlachtruf. Sag ich doch, der ist richtig geil, gell? Ähm. Kannst du den looten? Ja. Warum hab ich... Ah, jetzt kann ich ihn looten. Ich dachte schon, warum krieg ich die Überreste nicht? Hahaha. Okay. Na gut, dann wären wir hier fertig. Dann gehen wir zu den Spinnen, oder? Hm. Ja. Und dann beim Rückweg nochmal... Ach Gott, die Karte. Ja, war der Rinn falsch. Ah! Weg! Drück nicht! Drück mal... Mach mal M und drück dann N. Und dann? Hä? Passiert nix. Bei mir hat sich grad die Karte verkleinert. Lol. Na gut, vielleicht hab ich auch gleichseitig rechtsgek gedrückt, kann sein. Tschüss. Oh man. Was ist? Meine Bekannte schrieb hier, wir spielten seit 15 Minuten und seit der Zeit Level 2, da war ich einfach noch schneller. Dazu sag ich jetzt einfach mal nichts. Das stimmt, wir sind nämlich schon Level 3. Ja. Aber sie ist auch halt Leech-Leaf-Leaf-Leaf-Leaf-Leaf-Leaf-Leaf-Leaf-Leaf-Leaf-Leaf-Leaf-Leaf-Leaf-Leaf-Leaf. Ist halt so. Achso, wir sollen hier übrigens die Spinnen töten, gell? Also nicht dran vorbeilaufen. Ja. Oh ja, tatsächlich. Alter, wie viel Schaden ich da drück. Ich bin Priester, das geht doch nicht. Ja. Ach ja, bei Schlachtruf machst du auch Gruppen-Agro. Also wir könnten später auch mal die Gruppe pullen, wenn du die nochmal zünden kannst. Wenn ich den mal zünden kann, ja. War hier nicht mal die Höhle? Ja, die ist noch da hinten auch. Ne, wo? Rechts von hier. Ach da, oh mein Gott. Unter dem Hügel. Ja, wir müssen noch... Weil, genau, große nehme ich auch noch. Und wahrscheinlich... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir müssen die große Spinne auch töten. Aber wir müssen erst wieder rauslaufen. Ja, oder sie droppt in den Quest-Gegenstand. Ich bin mir nämlich jetzt nicht sicher. Ich glaube nämlich nicht, dass der uns dann gleich die Quest gibt für die große Spinne, sondern gleich für die Scharlach-Roten. Mal schauen. Oh mein Gott, du bist vergiftet. Du auch. Pssst. Passt. Aber ich meine auch, dass nur hier draußen kleine Spinne sind. Und die Großen sind dann drin. Oder die Größeren. Ah. Tschakalaka. Ja. Ja, jetzt haben wir sieben tot, dann lass uns gleich mal reingehen, oder? Oder... Alter. Ich muss in die Welt... Hätte ich dir um die Ecke brüllen müssen. Als Baumstümpfe. Ich freue mich schon richtig, wenn ich einen Zauberstab kriege. Äh... Ja, du bist... Passt schon. Mach ich schon. Ich bin da lang. So, wieder oben. Hui. Meine. Oh, ich wollte keinen Schlagdruck machen, aber... No way. Keine Mut. So. Oh, wie konnte mein Kumpel früher einen Krieger spielen, ey? Krieger ist voll geil. Boah, nervig, ey. Hey. Boah, eine Stoffhose mit zwei Rüstung. Ja, und zieh's an. Mit Level 5 krieg ich dann richtig gute Hose. Oh, wir hatten ja schon. Oh, jetzt hab ich den angeboten aus Versehen. Doch egal, gibt XP. Und du musst deine Verteidigung hochskillen. Wie kannst du jetzt schon auf 15 hochskillen? Ja, ich hab schon 13. 13 hab ich... Ähm, wo haben wir untote... Haben wir da eigentlich irgendwo einen Bonus auf irgendeine Waffe? Ne. Aber sie passen. Musst du auf dem Charakterbildschirm. Ne. Ne, du siehst den auch bei dem Volk, Boni. Haben wir leider nichts. Oh, aggressive Gegner. Ja. Oh, nice. Acht Stück. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, oh. Oh, oh. Dün, 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 dün. Jetzt wär der Schlachthof ganz gut. Okay. Ja, ich muss ja eben auf 10 Mahna, aber... Äh, 10 Mahna, okay. Dann zähl du, ey. Na? Ich hab mal heilen zwischendurch. Besser ist das, ey. Unglaublich. Ausgefranster Wur. Oh. Boah. Alter ist die Agro-Range groß. Ja, ne. Oh, danke. Ja, da kommt gleich wieder. Oh, 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 oh. Okay. Ach, Quatsch. Kontenance. Ja, gut. Kontenance! Ich hab' er fehlt. Ich hab' er fehlt! Was? Mich zu heilen? Nee, den Gegner. Ach so. Deil mich mal. Danke. Ich hab' Angst. Ich hab' dich, ich kann dich zwar nicht in den Fokus setzen, aber ich achte immer auf dich. gibt es ja eigentlich steuerung oh mein gott drück mal steuerung v oder einfach nur v die steuerung v was ist dann drück mal ja bei mir wenn ich nur v drücke passiert steuerung v dann lass ich dein lebensbalken anzeigen ist ja voll cool das sieht mich hier viel besser aus als aktuell das wusste ich auch nicht dass es geht nicht dass er auch ehrlich gesagt das kam jetzt später rein kann ich das wenn ich meinen eigenen namen anzeigen lassen dann auch mein lebensbalken jetzt fragen hast du schon wieder ausgemacht ja ja also ich sehe nur dein acht stück wollen wir hier trotzdem noch mal probieren die groß zu töten weil ich bin mir echt nicht sicher ob der ich bin mir aber ziemlich sicher dass wir eine quest kriegen wenn die wenn nicht oder war das nur bei den elfen ich weiß es nämlich nicht wir können aber ja auch einfach uns durch genau und dann musst du aber noch mal ein paar waren sammeln ja ja da war was endlich level 4 gibt es zu level 4 ich bin gespannt was ich lernen wahrscheinlich geringes heilen rang 2 also wir lernen garantiert einen zweiten rang und keine ahnung erneuerung oder irgendwie so ein blödsinn muss ich auch noch ein bisschen was an meiner tastaturbelegung machen weil die ganzen hotkeys und so wo kommst du hier versteckt ja ich habe ich auch voll erschrocken ich war ja in dem minenwagen drin ja ja einfach von hinten angegriffen oh gott es ist halt so super geht es hat eigentlich überhaupt keine bedrohungsaufbau aber es zieht hier trotzdem extrem viel aggro weil du uns ja passt wenn ich dich jetzt passen würde hätte ich wieder aggro welches addon war denn noch mal für aggro übersicht da moment weil bin mir nicht mehr sicher wie das heißt moment achso ich hatte verstanden moment achso nee ja hast du genenzt was ja okay mach alles geben naja bis man aus ist aber ich habe mir gerade 265 man also ich kann jetzt schon ich habe einen beutel ich habe einen beutel gefunden wenn ich noch einen find geben wir ja danke wenn ich lehne hier auch schneider also ich könnte dann auch leinen stofftaschen machen dafür gehört mir halt der gesamte leinen stoff ja leider ich auch ist voll bescheuert aber erste hilfe kann hat alle krankheiten heilen ja das heutzutage braucht man das nicht mehr aber damals gab es ein gegengift und es war eigentlich sehr relevant wir machen erst die trufe frei okay bevor der da oben auch noch kommt weil ich will nicht gegen boss und drei spielen kämpfen wenn ich es ist ein boss ich habe platz im inventar ok viel spaß mit greifen erst die kleine an dann die andere kleine ok ok ich halte ich mache okay ich habe kein mann mehr für die klein ist tot ich habe wieder man das sehe ich mir dann für dich für die heilung auf alter ok hat kein quest gegenstand getroppt mein fehl tut mir leid aber was für dich kriegerhose ja warte mal und ein schild alter zwei dinge was soll ich damit was schön ist gut ja ich gebe dir jetzt mal irgendwie ja das ist auch völlig in ordnung kann auch noch einen heiltrank geben wenn du willst hätte ich auch noch ein ist dieses schild hat drei blocken ich will nur nicht wegschmeißen als was mit sperre rüstungen wo wir sind bald gebe ich dir dann wieder zurück ok ja die brauche ich nicht die arm ist die schwere rüstung handgelenke für stufe 5 diese serie gewonnen da muss ich dir was anderes geben ja ich will das nicht jeden zenten ja das stimmt auch gott 140 gold fürs reiten werden ja und fürs reiten er ruhestein kommt bevor wir uns hier wieder raus kämpfen müssen wir können sowieso gerade nichts tragen er hat aber eine stunde abgängzeit oder zwei sogar ich meine stunde war das früher ja eine stunde hallo das immer wieder so wir können jetzt die überreste begraben du noch deine sachen einsammeln und alles abgeben dann können wir die folge schon wieder beenden ja erstaunlich so schnell gehen ich weiß nicht wo wir jetzt sind aber ähm bei 17 minuten gleich ok das ist ordentlich ich brauche übrigens noch wie gesagt zwei mal waren ja ich glaube die müssten mittlerweile wieder da sein guck mal aber hier mal ganz kurz bei dem friedhof vorbei und graben den typ mal ein mach das ich werde mal hier äh füri ein weil sogar die ganzen npcs haben jetzt hier ach stimmt verkaufen ok ich hab den typ mal begraben ne ich muss erst verkaufen wenn du ihn begräbst hast du schon mal einen platz mehr im inventar äh wo muss ich ihn denn begraben am friedhof na super so ich muss eben gucken das hat das schild das muss ich tragen alles so ähm hast du schon quests abgegeben nein noch keine jetzt ok jetzt oh guck mal ich kann die wachen hier buffen aber nicht den questgeber ok dann gebe ich auch mal fix quests ab ähm bei welchem friedhof hast du die denn hier am lieben der und jetzt habe ich auch meine priester quest sprecht mit dunklen kleriker berühm im tieresfall ok das habe ich fertig es wird jetzt eben die restlichen waren 2 und dann ok meine priester quest schickt mich irgendwo hin nach tieresfall zu so einem dunklen kleriker ok das ist ja woanders woanders ja ja ich wollte jetzt grad auf der karte nachgucken wo das ist ich muss mir das gleich durchlesen wo der typ rumhockt um besser ist das ja mhm so ich habe jetzt schalachroter kloitzzug ich habe keine quest bekommen für die spinne ok mhm oder war das nur einfach ein einfaches spinne ich glaube das war einfach nur eine spinne ja also langsam glaube ich das aber jetzt habe ich meine wagen dann kann ich die beiden quests abgeben genau ich habe jetzt die quest schalachroter kreuzzug und danach gab es doch die andere quest hier mit dem nochmal schalachroten kreuzzug typen töten ja ob mich lesen wir ganz kurz durch die sprecht mit dem dunklen gräger brille im tieresfall sucht den dunklen in brille auf alles klar in brille also auch quatsch dann würde ich jetzt am liebsten das nehmen bevor ich am meisten geld kriege da es nicht dabei steht nehmen wir aber das mit dem höchsten rüstungswert höchster rüstungswert oder zwei handwaffe ja genau so und wenn du dann alles genau dann beende ich mal hier die folge oder und dann sehen wir uns in der nächsten wieder denn schild sieht voll lässig aus ich weiß tschüss ciao tschüss 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 tschüss